Na gut, na gut, na gut. Poison ist was? Poison ist irgendwas. Ja, Poison ist Water wahrscheinlich. Oh, falschrum ist Steuerung. Ja, das geht doch, oder? Ja. Wir sind ja fit im Kopf, das kriegen wir hin. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wenn Draco nach rechts drückt, dann würde ich jetzt nach links schwimmen. Dann schwimmt er nach links. Und ich drücke jetzt die ganze Zeit nach links. Das ist natürlich für die Viewer jetzt geil, wenn man an sowas verkackt, dann denken die, meine Fresse, oh Gott. Bist du behindert, Junge. Weißt du? Oh Gott, und wenn man rausfliegt ist... Ja, wenn man raus ist, ist es andersrum, ne? Ja. Okay, das könnte ein bisschen... Mal gucken. Aber ich glaube, da kann ich mich schnell dran gewöhnen. Ja, ich gewöhne mich nicht nur so schnell an Wasser, weil wenn man da ein bisschen zu doll auf den B-Button drückt, dann schwimmt man sehr hoch und... Mashing the B-Button. Ich finde, Mashing, das ist ein geiles Wort, da oben, oder? Links. Da oben, da ist ein Bonus. Da ist eine Bärenmarke. Eine Bärenmarke oder ein Bananen-Dings. Bananen-Staun. Neneeneeneneeneneen. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Links ist ein Bonus. Links ist ein Bonus. Und du wirst tot gehen. Wie mache ich das? Wenn er jetzt nach rechts schwimmt, jetzt hoch. Jawoll, super. Entspannung. Bonus. Das ist immer schön, wenn die so ein bisschen... Ob wir es versteckt sind. Ja, ja, klar. Oh, ja, geil. Ja, verkehrt rum, aber. Alter, ist das krass. Ah, nach oben ist trotzdem nach oben Du musst sie töten Nach oben ist trotzdem nach oben Und dann ist nur links und rechts vertauscht Das ist voll schwer Oh geil Hol dir das Bonus wieder Ja, ich muss erstmal Hol dir das Bonus wieder Töte den BAM Rein Ey, das ist so hardcore Lesen Ja, ich weiß, ich wusste es doch Nee, wusstest du nicht, du bist voll an den vorbeigeschworen Ja, weißt du, dass das nicht einfach ist? Ah, guck mal, ich kann, ja, das ist gut Du kannst auch zurückschwimmen, du kannst Was machst du denn überhaupt, ey? Was de Hä? Das ist voll schlecht Was willst du denn von mir? Warum bist du in den reingeschwommen? Weil es schwer ist zu lenken Du, dir ist vielleicht entgangen Dieses, dieses Vergeißwasser giftig ist Du bist doch echt bescheuert, ey Was? Willst du das machen, wo man da passt? Nein Wenn du es nicht schaffst Ich habe jetzt eine Strategie Ich muss nur hoch und runter drücken Und einmal an den Rand So, an den Rand jetzt hoch Runter Du kannst doch nicht umdrehen, oder was? Doch, kann ich Ja, warum machst du es dann nicht? Weil es kompliziert ist Das ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorstellst Du bist echt bescheuert, ey Ja, ich habe es geschafft Ey, hallo? Das war jetzt auch schwer Du, das macht einfach das So schwer, bla bla Ich will dich mal sehen Wenn du hier gleich den Fisch steuerst Ja, mach mal Mach mal dein Ding da Ja, ja, ja Du kannst mich auch machen Guck mal hier Jetzt ist doch hier gleich der nächste Bonus Glaube ich nicht Noch mehr Bananen Gar nichts Hä? Die einfach mal gar nichts ist Aber mit dem Fisch ist das schon besser, ey Dann kannst du wenigstens die Dinger da töten Ja, ja, klar Aber Ich bin trotzdem alleine Ja, gut, das ist stimmt Das ist blöd Ich würde es nicht riskieren Nicht, dass du jetzt an denen stirbst Was ist denn riskieren? Ja, die töten Also, nee, auf keinen Fall Oh, ey, das ist Das ist echt schwer? Ich kann das irgendwie immer noch nicht Das Problem ist, wenn oben und unten auch verkehrt rum wäre Dann wäre das cool Aber das ist es nicht Das ist für dich schwer, dann Hier Wenn alles verkehrt rum ist, ist alles cool Aber wenn nur ein Teil in die eine Richtung verkehrt rum ist Und die andere nicht Dann ist das nicht einfach Was geil ist, dass dir das vorhin im Affen nicht aufgefallen ist Aber jetzt, wo du den Schwimm Schwimm Fisch spielst Stimmt Da ist es Fältstier auf Warum ist dir das vorher nicht immer aufgefallen? Weil man keinen Knopf drücken muss, um höher zu kommen Deswegen Ja klar, du benutzt den Hochknopf doch gar nicht Als Affe Du kannst dich mal am Arsch lenken, Alter Du bist einfach sehr leicht zu Trollen Ja Los Yes Yes Guck, jetzt drücke ich nämlich nicht mehr nach oben und unten Sondern drücke A um hochzukommen Ich drücke trotzdem immer nach oben Jetzt wirklich? Jetzt habe ich nur links und rechts Alles ist verkehrt rum Alles ist cool Und deswegen rambe ich den jetzt Ah ja Geil Ich würde unten lang Ja Mensch, Draco Was ist da los? Ich habe ein bisschen länger durchgehalten als du Du hattest auch einen Fisch Ich habe auch einen Fisch Habt ihr gehört? Guck, ich habe den Fisch wieder Das ist nämlich der Noob-Bonus Selbst unter Wasser kriegst du den Noob-Bonus Alter, du bist so krass Drück doch einfach A Ja, okay Geht voll ab eigentlich Oh, wir haben das Gehen und auch jetzt Vor allem ist das Geile Wir können nicht Game Over gehen Wenn wir bis dahin kommen Gehen wir immer wieder ein Ben Ja, komm Schwimm durch Du bist nur ein bisschen Warte, nach links drück So, jetzt habe ich so Auch Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, ich verkack's eh Ich wusste Man schickt the B-Button Ich drück doch nur ganz leicht da drauf, Mann Du klopfst da immer richtig raus Nein Nee, 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 runter Du siehst, es läuft nicht, ey Ah ja Ja, genau Gib Gib ihm Power Ich bin tot Ah, au Hm Ja, komm, das schaffst du, oder? Bist du gut Jetzt wirst du denken Oh mein Gott, ist das schwer Ja Ja Ne Das ist so heftig Es ist so heftig Hört ihr das, wie er das sagt? Es ist so heftig Ja, ich habe keinen verletzt, würde ich sagen, ne? Ja, du bist ein echter Tierfreund, weißt du das? Ja, ich bin auch so ein Tierfreund Jetzt komm an der epischen Stelle vorbei, das ist die schwerste Stelle in-game Ich glaube, das ist auch recht lang Was machst du denn da? Achso, ah, okay Oh Gott, schön Ja, immer unten lang, oder was? Problem? No problem Yes, komm schon Das Ende des Levels ist näher Ich kann das riechen Was mache ich da eigentlich? Weiß ich auch nicht Ach man, irgendwie Ist das nicht mein Tag Warte, wie hast du das gemacht? Ähm, jetzt einmal Also ich habe auch grün gedrückt, nur den ganzen Ja, das kann ich nicht gleichzeitig Oh Gott Das kannst du nicht? Du bist keine Frau, ne? Ne, natürlich nicht Also hier grün drücken und jetzt Und dann einmal kurz B und dann lenken Und dann rüber da, siehst du? Ah, da ist man wirklich ein Stück schneller Boah, scheiße, ist das übel Ah, was? Achso, du musst, wenn der zurückgeht, dann entlauf Jetzt schwimmen Ah, 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 ah Du warst mich doch schon wieder, ey Haben wir die Hälfte gehabt? Ja Achso, die ist ja beim Fisch Scheiße, wie schwer das jetzt ist mit unten und oben Ey, ihr kriegst so nicht auf die Reihe, merkt ihr das? Du stirbst, du stirbst, genau wie ich Ja, stimmt Brems! Sauber Ich habe die Bremse reingemacht Ich bin ein Tierfreund Du kriegst wieder gar keine Ja, will ich ja auch nicht Das ist erhöht der Killcounter Ah, den Killcounter? Es gibt einen Viewer, der schreibt alle Kills auf die Wickelmutter Ja, wenn ihr Langeweile habt, fangen wir nochmal von vorne an Schön alle Kills zählen, die wir je gemacht haben Das ist jetzt ein Einfall für die Viewer gemacht Und wer von uns beiden mehr Kills hat Und dann rechnen wir die KD aus Die Kill-Death-Ratio Das wäre gut, ey, wenn das jemand machen würde Das wäre richtig geil Du hättest mich auch holen können, noch fällt mir das immer so oft Nach unten hin? Ja Habe ich nicht gewusst Ich auch nicht Du weißt doch, ich pass nicht auf, wenn du spielst No interest No interest Ich meine, warum soll ich mir was angucken, was ich sowieso besser machen kann Bisher schlage ich mich ganz gut, finde ich Ist okay Ganz gut, sowieso mal Warte, jetzt musst du nur da durch, warte, wenn er jetzt nach links geht Voll easy, ganz links, 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 links Was machst du denn da? Ich wollte hier lang gucken Da ist aber das Bonus, siehst du? Ich geh oben wieder lang, Alter Ich würde oben lang gehen vielleicht Nein, Mann Du kriegst doch Speed, wenn du Ich hab nichts gesagt Ja Ja, klar Ja, lol Oh Gott, du bist Verrückt, du bist verrückt, du bist verrückt Ja Alter, das Heftig, heftig, heftig Schwer Jetzt wirklich, Alter? Komm, ey, das ist echt lächerlich Ja, du kriegst die Leichten, weißt du Du musstest in den Kreis schwimmen, ohne Gegner Ich musste falschrumschwimmen, mit falschrummer Steuerung Die Steuerung war falschrum Alter, geil, wir haben alles Ja, wir haben alles Wenn du den jetzt schaffst Ja, wie denn? Die Kisten ist mord neu, du kannst nur gewinnen Machen wir das so? Ach, mit Springen wahrscheinlich Ja, klar Ah, dem alles Geil Im letzten Level, ey Wir sind so awesome, gut, ne? Wir sind super, special, awesome Das entschädigt, glaube ich, auch Mischen, dass wir die Dings Die Ups aus dem ersten Level Okay, das entschädigt alles Also, das müssen eigentlich die Viewer entscheiden Entschädigt das alles? Save is Save, save Save, save Save, save, save Ich sag 71% 71%? Wir hatten vorhin 68% Ja Dö, 70% Nein Yeah Diese Bestätigung So, meine Damen und Herren Castle Chaos Ich habe gehört, das ist der Boss Ja, ich glaube der war irgendwie mit der Elektronik Ja Ah, den kennen wir noch Der kommt jetzt auch noch mal? Der Terminator Sie ist Time Chaos, will be Victorius Krass, ey Das ist jetzt der Endboss Die haben sich einfach mal Die haben sich einfach recycelt, alter Den ersten Boster, oder was? Oder welcher war das hier? Der dritte, vierte? Ah, hier unten Hier kommt auch unten dann dieses G-G-G-T Und dann muss man sich hier raufstellen Ja Ich glaube, raufstellen nicht Muss sich ranhängen An so einen Haken Weil Dieses weiße ist auch unter Elektronik Ach ja, stimmt Irgendwie muss ich das jetzt schon Auf den Kopf werfen, oder was? Mich auf den Kopf werfen Nein Nein Wie kommen wir denn an die Haken da ran? Achso, die kommen erst noch Ja, ja Wie macht man Ah, da ist die Kiste Sag das doch jemand Das ist, wenn das keiner sagt, ne Seid mal ruhig mal hier Wer versteckt sich dahinter an dem Umhangler? Hör mal auf, das zu spoilern, alter Jetzt denken Sie, wie wir Ich habe mich neu gefangen Was ist das? Boah, jetzt kommt's Der sieht aus wie ein Beaker Der schießt Raketen Seriously? Seriously Soll das mich aufhalten? Ah, okay Jetzt schießt er schneller Okay Du bist durch Da hat er gleich mal drauf reagiert, ey Hey, die Richtung ist ja einfach, oder was? Sprich rechts Du hast es verkackt Nein, noch nicht Hä? Ja, was soll ich denn machen? Achso, wenn er das Feuer ausmacht, dann muss ich rüber, oder was? Jetzt Jetzt Peng Mi, 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 mi Jo, cool Ach, der wird jetzt einfach mal weggenommen Ja, keine Lust mehr Ist ja ganz cool, wenn ich dich nochmal kriege Komm, stimmt gleich noch Ich habe Angst Oh mein Gott, der kommt da Oh mein Gott, da bin ich Nimm mich mit Ja, ich kann mich nicht bewegen Bewege dich doch, beweg dich doch Bewege dich doch Bewege dich doch Oh no, what you've done My wife's going to kill me Ne, der hat eine Frau Alter, redet nicht so viel Das war sein Ticket für die Weltdomination Ja, klar Oh, wieso redet der denn so viel Endlich Ha Ah, da kommt eine Kiste dann Und dann springst du rüber Und dann hinten ranwerfen An diesen komischen Apparat Ach, hieso, ich bin zu langsam Äh, ja Ja, das war ja auch scheiße jetzt Zu früh Oh Hä Ja, weil ich, wenn ich die Kiste habe Kann ich ja nicht nochmal über ihn rüber springen Oder? Geht das? Ich glaube nicht Vielleicht eine Runde warten jetzt Ja Na klar, wart doch einfach eine Runde Stimmt, ey Das müsste doch gehen Warum bin ich da nicht drauf gekommen Also jetzt mache ich einen auf den Ja, toll Jetzt musst du an der Seite Ich kann einfach von einer zu anderen, ey Okay, ich bin auch zu langsam Also eine Runde warten Warte mal, jetzt habe ich schon verkackt Ich hätte jetzt, wenn er kommt Jetzt muss ich, wenn er umdreht, dann runter Ja, genau Ja, komm, komm Oh, fuck, ey Wie wir uns hier blamieren Ey, übelst blamieren So, jetzt Jetzt kommt er an Dann fliege ich rüber Dann warte ich kurz Okay, ich muss ein bisschen länger, aber Das ist doch Das ist voll kacke Macht man das so? Ich habe, glaube ich, eine bessere Idee Oh, er hat eine bessere Idee Da bin ich jetzt aber gespannt Oh, ob es klappt Na, ist noch ein Ränder Ich wollte mich nochmal daran hängen Hm Vielleicht im richtigen Moment das Ding runterlassen Ich habe ihn erwischt Oh mein Gott Was hat er vor? Was hat er vor? Was hat er vor? Ey, jetzt ist doch easy Kannst du unter ihm durch, da Ist tot Ja Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Hm, du warst auf einmal hinter ihm Ja, weil du gestorben bist Ja Wie müssen wir da nochmal ein System für finden, ey Du kannst ihn ja auch gar nicht kriegen, so Alter, du hast es geschafft Ja, aber das ist irgendwie voll dumm, so Das muss aber auch einfacher gehen Das ist der letzte Boss, ey Da wartet du was einfaches Scheiße, ey Ja, ja, na klar Letzte Boss ist immer einfach Oh Ah, von hinten kann er dich gar nicht kriegen Aber wenn ich seinen Propeller berühre, dann Ja, ja Du musst halt echt Boah, Alter Nee, das ist ja zu schnell Das geht so nicht Das muss irgendwie anders funzen Vielleicht, wenn du die Kiste jetzt mitnimmst Was kannst du dann machen, um dich zu retten? Ich kann ja nicht mehr über ihn rüber jetzt Guck, ich schaffe es nicht Ja Hey, was ist das für ein Scheiß? Man muss wirklich an einer Stange, wenn er gerade Kurz vor dir ist, über den Propeller rüber Wenn er umdreht, wieder über den Propeller rüber Und dann bist du hinter ihm Ich kann ja nicht mehr über den Propeller rüber